Willkommen! In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man zueinander parallele Ebenen bestimmen kann, bei vorgegebenem Abstand. Und es ist ein Anwendungsfall, was häufig bei Klausur- bzw. Abituraufgaben zu finden ist. Bevor wir mit der eigentlichen Aufgabe anfangen werden, müssen wir zuerst ein paar Grundlagen oder Vorgehende auffrischen, die euch das Leben bei der Aufgabe einfacher machen werden. Unter anderem geht es darum, die Eigenschaften einer Ebene in Koordinatenform zu kennen. Oder eine der wichtigen Eigenschaften. Also, zur Erinnerung, eine Ebene in Koordinatenform oder die Koordinatengleichung einer Ebene sieht wie folgt aus. Und diese Zahlen oder Koeffizienten vor x1, x2 bilden genau den normalen Vektor. Dieser normalen Vektor hat eine besondere Lage in Bezug auf die Ebene. Wenn wir uns das rechts vorstellen, also die Ebene als Parallogramm dargestellt, dann steht der normale Vektor immer senkrecht oder orthogonal zu der Ebene. Außerdem ist es wichtig, euch zu erinnern, dass parallele Ebenen den gleichen normalen Vektor haben können oder ein Vielfaches davon. Damit ist natürlich gemeint, wir haben hier zum Beispiel zwei parallele Ebenen, E und F. Und wenn wir jetzt für die Ebene E diesen normalen Vektor einzeichnen, erkennt ihr ganz einfach, dieser Vektor steht auch senkrecht oder orthogonal auf die Ebene F. Denn deshalb kann man ihn auch bei der Ebene F als normalen Vektor benutzen. Und als letzte Grundlage wollen wir uns noch ein bisschen an den Einheitsvektor erinnern. Zur Erinnerung, das war ein Vektor, das immer die Länge 1 besitzt. Und die Formel sieht so aus. Mit Hilfe dieser Formel kann man dann für jeden Vektor den passenden Einheitsvektor bestimmen. Für den Fall, dass euch diese Grundlagen zu schnell gingen, drückt ruhig auf Pause und schaut euch das Ganze nochmal in Ruhe an. Und jetzt zu unserer Beispielaufgabe. Ich werde schnell die Aufgabenstelle überfliegen. Also, gegeben ist eine Ebene E, wie ihr seht in Koordinatenform. Bestimme zu Ebene E parallele Ebenen, die von E den Abstand drei Längeneinheiten haben. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Es gibt für diese Aufgabe mindestens drei verschiedene Lösungsansätze. Ich werde in diesem Tutorien nur zwei davon zeigen, die ich persönlich am einfachsten finde. Ich bin der Meinung, wenn man diese kurze Aufgabenstellung zweimal, dreimal überfliegt, dann sollte man nachvollziehen können, was eigentlich verlangt ist hier an dieser Stelle. Allerdings gab es in den letzten Jahren auch alternative Formulierungen oder Fragestellungen für diese Art von Aufgabe. Und deshalb wollen wir uns noch eine Alternative dazu anschauen. Und zwar diese hier. Also, wo liegen alle Punkte, die von der Ebene E den Abstand drei haben? Gebt Gleichung an, um diese Punkte zu beschreiben. Liest euch in Ruhe auch diese Aufgabenstellung durch. Und ich hoffe, dass jeder von euch in der Lage ist, nachzuvollziehen, dass es das Gleiche verlangt, wie die Aufgabenstellung Open. Und jetzt werden wir natürlich endlich diese Aufgabe lösen. Es wäre am einfachsten, wenn man sich das Ganze als eine Art Planskizze vorstellt. Das heißt, wir haben einmal diese Ebene E hier als Parallogramm dargestellt. Und dann brauchen wir dazu parallele Ebenen, die von E den Abstand drei haben. Es könnten zwei Ebenen geben. Einmal die hier zum Beispiel, die Ebene F. Und einmal die hier, die Ebene G. Und beide dieser Ebenen haben dann entsprechend von E den Abstand drei. Als nächstes. Die Koordinatengleichung der Ebene E kennen wir. Die blende ich jetzt hier nochmal rechts in unserer Skizze an. Und dadurch können wir natürlich auch diesen normalen Vektor ablesen. N habe ich hier mit grün dargestellt. Und ihr merkt jetzt, dass dieser normalen Vektor auch orthogonal zu den anderen zwei Ebenen steht. Das bedeutet, dass die Ebenen F und E eigentlich auf der linken Seite identisch aussehen können wie die Ebene E. Das einzige, was uns noch fehlt, sind die hinteren Zahlen hinter dem Gleichzeichen. Dort, wo hier die Fragezeichen stehen. Um genauer zu sein, meine ich natürlich genau diese Zahlen hier. Also einmal diese Zahl und einmal diese Zahl. Und diese Zahlen können wir nur herausfinden, wenn wir in jeder Ebene einen Punkt kennen. Zum Beispiel in der Ebene F bräuchten wir einen Punkt R, habe ich jetzt bezeichnet. Und in der Ebene G da unten bräuchten wir einen Punkt Q. Wenn wir diese Punkte hätten, dann könnten wir die Punkte in dieser zwei Ebenen jeweils einsetzen und einen passenden Wert für die hintere Zahl bestimmen. Dadurch werde die Aufgabe dann schon erledigt. Also ist unser indirekter Ziel an dieser Stelle, einfach die Koordinaten dieser beiden Punkte zu bestimmen, mit denen wir dann am Ende die beiden Ebenen festlegen. Dafür benötigen wir eine Geradengleichung, hier mit Rot dargestellt, die alle diese drei Ebenen schneidet und orthogonal bzw. senkrecht dazu steht. Und das wird auch unser erster Schritt bei der Lösung sein, einfach die Gleichung dieser Geraden G aufzustellen. Um diese Geradengleichung aufzustellen, werden zwei Sachen benötigt. Einmal ein Punkt aus dieser Ebene E, den wir dann für unsere Geradengleichung als Stützvektor benutzen können. Und dann brauchen wir noch ein Richtungsvektor für unsere Geraden. Da können wir uns an den normalen Vektor der Ebene bedienen. Deshalb ist unsere einzige Sorge eigentlich am Anfang, diesen Punkt aus der Ebene E rauszufinden. Hier auf der rechten Seite werde ich ihn in der Abbildung mit S bezeichnen. Also, ich blende nochmal die Ebenengleichung auf der linken Seite an und wir brauchen jetzt irgendeinen Punkt aus dieser Ebene. Grundsätzlich könnt ihr an dieser Stelle auch Werte für x1, x2 und x3 rumprobieren, bis ihr auf die Zahl 3 hinten rauskommt. Dann habt ihr einen Punkt aus dieser Ebene. Aber es gibt natürlich auch schnellere und einfachere Methoden, wie zum Beispiel einen Spurpunkt zu bestimmen. Zur Erinnerung, Spurpunkte sind die Schnittpunkte der Ebene mit den Koordinatenachsen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Spurpunkt mit der x1-Achse bestimmen wollen, dann sind die x2 und x3-Koordinaten dieses Punktes 0. Also können wir uns hier die zwei Koordinaten wegdenken. Dann hätten wir nur noch 3x1 ist gleich 3. Und wenn wir durch 3 teilen, haben wir dann x1 ist gleich 1. Also unser Spurpunkt hätte dann die Koordinaten einfach 1, 0 und 0. Und damit können wir jetzt diese Geradengleichung aufstellen. Also G Doppelpunkt. Aus diesem Punkt bilde ich den Stützvektor der Geraden. Also der Stützvektor lautet dann 1, 0, 0. Plus irgendein Parameter, zum Beispiel t mal der Richtungsvektor. Und für den Richtungsvektor, haben wir gesagt, können wir diesen normalen Vektor der Ebene benutzen. Also der lautet abgelesen 3, 6, minus 6. Und das tragen wir hier ein. 3, 6 und minus 6. Also die Geradengleichung wäre fertig. Wenn wir jetzt die Abbildung rechts wieder anschauen, haben wir jetzt diese Geradengleichung, wo S als Stützvektor dient. Und von diesem Punkt S müssten wir eigentlich nur in der Lage sein, drei Einheiten nach oben zu springen, so vereinfacht gesehen, und drei Einheiten nach unten. Damit hätten wir dann schon die Koordinaten dieser Punkte R und Q. Und wenn wir diesen Sprung schaffen wollen, wäre es natürlich nicht verkehrt zu wissen, wie lang dieser Richtungsvektor bei der Geradengleichung ist. Also damit ist natürlich die Länge des Normalvektors der Ebene gemeint. Und genau das werden wir jetzt kurz ausrechnen. Also ich sage dann Betrag von n, weil dieser Richtungsvektor eigentlich der normale Vektor ist. Und dann berechnen wir einfach die Länge dieses Vektors. Das wäre dann 3 ins Quadrat plus 6 ins Quadrat. Und nochmal plus 6 ins Quadrat. Das Minuszeichen habe ich weggelassen, weil wegen Quadrieren verschwindet es sowieso früher oder später. Und wenn wir das alles zusammenfassen, haben wir dann Wurzel aus 81, was wiederum 9 ist. Das heißt jetzt für uns übersetzt, wenn wir hier oben die Geradengleichung jetzt für T, den Wert 1 einsetzen würden, dann springen wir auf dieser Geraden genau 9 Einheiten weiter. Aber wir wollen ja nicht 9 Einheiten, sondern nur 3 springen. Deshalb hoffe ich, dass für jedem von euch klar ist, ihr müsst einfach an dieser Stelle für T 1 Drittel einsetzen. Also wir müssen sozusagen diesen Vektor auf 1 Drittel seiner Länge kürzen. Das heißt, um den ersten Punkt rauszufinden, zum Beispiel R, können wir sagen, wir nehmen für T den Wert 1 Drittel und setzen es in dieser Geradengleichung dann ein. Also wir hätten dann Vektor X ist gleich 1, 0, 0 plus 1 Drittel mal 3, 6 und Minus 6. Und das können wir natürlich alles zusammenfassen. 1 plus 1 ergeben 2. Dann 0 plus 2 sind natürlich ebenfalls 2 und 0 minus 2 sind Minus 2. Also das wäre beispielsweise unser Punkt R mit den Koordinaten 2, 2 und Minus 2. Und genauso einfach ist es auch, den anderen Punkt Q rauszufinden. Wir müssen nur in die Gegenrichtung gehen und deshalb wählen wir für T natürlich Minus 1 Drittel. und wenn wir alles wieder in dieser Geradengleichung einsetzen, haben wir 1, 0, 0 minus 1 Drittel mal 3, 6 und Minus 6. Und wenn wir jetzt das alles hier zusammenfassen, dann haben wir 1, Minus 1 sind entsprechend 0. Dann 0, Minus 2 sind Minus 2 und 0 plus 2 sind 2. Also der zweite Punkt Q hätte dann die Koordinaten 0, Minus 2 und 2. Und mit Hilfe dieser beiden Punkte werden wir jetzt die Gleichung für F und G vervollständigen. Oder einfacher gesagt, wir setzen diese Punkte R und Q jeweils in die Ebenen F und G und bestimmen die vollständigen Ebenengleichungen. Also, wir haben hier die Ebene F und dieser Punkt R, was anhand unserer Skizze genau in dieser Ebene gehört. Deshalb nehmen wir die Koordinaten für x1, x2 und x3 und setzen sie links in die Ebene ein. Also, entsprechend haben wir dann 3 mal 2 plus 6 mal 2 und minus 6 mal minus 2 ist gleich. Und jetzt fassen wir das Ganze zusammen. 6 plus 12 sind 18 und plus 12 sind 30. Also, das ist die Zahl, die uns hinten gefehlt hat. Und damit können wir dann problemlos die Ebenengleichung aufstellen. 3x1 plus 6x2 minus 6x3 sind gleich 30. Genau so verfahren wir auch mit dem zweiten Punkt. Also, wir haben hier unten die Ebene G und passen dazu den Punkt Q. Den setzen wir ebenfalls ein. 3 mal 0 plus 6 mal minus 2 und minus 6 mal 2 ist gleich. Wenn wir das jetzt hier zusammenfassen, dann haben wir 0, minus 12, minus 12 sind minus 24. Und damit hätten wir auch die Ebene G. Mit der Gleichung 3x1 plus 6x2 minus 6x3 sind gleich minus 24. Und damit wäre natürlich auch die Aufgabenstellung erfüllt. Aber, ich habe bereits am Anfang angekündigt, dass ich hier zwei verschiedene Lösungswege zeigen werde. Der zweite Lösungsweg ist bis zu einem gewissen Punkt, allerdings identisch mit dem ersten, den wir jetzt bereits angeschaut haben. Deshalb schauen wir uns nochmal die bereits berechnete Aufgabe bis zu dem Zeitpunkt an, wo wir die Länge des Richtungsvektors bestimmt haben. Also, wir haben hier an dieser Stelle herausgefunden, dass die Länge des Richtungsvektors 9 ist. Und das ist ja tatsächlich anhand der Zahlen, die ich gewählt habe, ein riesen Glücksfall. Weil der Abstand zu der anderen Ebene 3 war, konnte man das Ganze sehr einfach anpassen. Jetzt, natürlich bei manchen Anwendungsaufgaben können an dieser Stelle auch nicht so schöne Zahlen auftauchen. Deshalb müsst ihr auch wissen, was ihr in diesem Fall macht. In diesem Fall brauchen wir unbedingt diesen Einheitsvektor. Das heißt, wir berechnen jetzt für unser Richtungsvektor ein Richtungseinheitsvektor. Und dadurch hätte dann der Richtungsvektor dieser Geraden die Länge 1 und wir könnten problemlos in zwei Richtungen jeweils um drei Einheiten springen. Also, dann werde ich jetzt diesen Einheitsvektor bestimmen, bezeichnen als N0. Das wäre dann 1 durch die Länge des Vektors, also ein Neuntel mal der Vektor selbst. Das ist der Richtungsvektor dieser Geraden von oben. 3, 6 und minus 6. Und dann, damit könnten wir eine neue Geradengleichung aufstellen. Die Gerade würde dann lauten, Vektor x ist gleich 1, 0, 0 plus T mal entsprechend ein Neuntel mal unser Richtungsvektor. 3, 6, minus 6. Und jetzt, weil dieser Richtungsvektor die Länge 1 hat, könnt ihr einfach für T einmal den Wert 3 beziehungsweise minus 3 einsetzen, alles zusammenfassen und dann hättet ihr erneut diese Punkte R und Q, die wir vorher benutzt haben, um die zwei Ebenen festzulegen. Also, das hier wäre ein alternativer Lösungsweg am Ende, wenn die Zahlen nicht so schön sind, dass man direkt mit Hilfe des Richtungsvektors in der gewünschten Entfernung springen kann. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch weiterhelfen könnten, auch im Zusammenhang mit diesem Thema. Natürlich bezieht sich dieses Thema auf verschiedene Abstandsprobleme, unter anderem auch Abstandspunktebene, mit oder ohne die hessische Normalform, hier abgekürzt mit HNF. Und ein alternativer Lösungsweg zu dieser Aufgabe wäre zum Beispiel als Umkehaufgabe zu der hessischen Normalform. Ein Lösungsweg, das wir jetzt natürlich nicht angeschaut haben. Außerdem gibt es noch andere Abstandsprobleme, die von Bedeutung sind, wie zum Beispiel Abstandpunktgerade oder Abstandwindschiefergeraden. Wenn Bedarf Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Ich freue mich. vẫn Wirds あ っと